Mit der Literatur zur Reformationszeit ist der Name des Poeten und Haudegen, was war er in erster Linie, Ulrich von Hutten verbunden, dessen hier schon ausführlich gedacht wurde. Seine scharfen Polemiken trugen nicht wenig zur Verbreitung der Reformation bei. Sein katholischer Widersacher, freilich nur mit der Feder, nicht mit dem Degen, war der Franziskaner Pater Thomas Murner, 1475 bis 1537, ein Elsässer. Die Reformation in ihren Anfängen und deren Wirtzeiten bot natürlich Angriffsflächen genug und so pickte Murner geschickt und satirisch die Schwächen heraus, die auch der neuen Lehre anhafteten. So machte sich Murner, ein unzweifelhaft talentierter Satiriker, über die Splitter in den Augen des Luthertums lustig, ohne geflüssentlich die Balken in den Augen der eigenen Kirche zu bemerken. Die kuriosen Titel einiger seiner Werke seien genannt. Dr. Murners Narrenbeschwerung, 1512, Die Mühle von Schindelsheim, 1515, Ein christliche und briederlich Ermahnung zu dem hochgelehrten Dr. Martino Luther, 1520. Das große Tor aber stieß eben dieser Dr. Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung auf. Sie ist heute noch, abgesehen vom religiösen Inhalt, mit größtem Vergnügen zu lesen und erfrischt durch Schwung, Biegsamkeit, Einfallsreichtum und poetische Kraft der Sprache, auch wenn sie philologisch nach heutigem Forschungsstand in manchem nicht mehr haltbar ist. Doch selbst unter diesem Gesichtspunkt ziehe ich das Feuer des Genies, dem Eifer der Erbsenzähler, vor. Dass Luthers Bibelübersetzung in deutscher Sprache die erste war, ist falsch. Es gab vor Luther sogar Dutzende von Bibelübersetzungen, teilweise oder ganz, sogar schon im Druck. Sie hatten jedoch alle nicht die Bedeutung und die Wortgewalt der Lutherischen.